Im Volkswagen Zentrum Rosenheim ist viel los und entsprechend wenig Platz. Ähnlich dürfte es vielen Autohäusern in Innenstädten gehen, die ihren Kunden einen guten und schnellen Service bieten möchten. Der Transport von Fahrzeugen kann da schnell zu einer Herausforderung werden. Nicht nur in solchen Fällen punktet der Blitzlader der Autotransporter von Algema mit einem aufsehenerregenden Konzept. Wir haben in Rosenheim nachgefragt, wie der Blitzlader eingesetzt wird und wie er sich bewährt. Wer sind denn Ihre Fahrer? Sind das eigene Leute oder sind es verschiedene? Es sind alles eigene Leute. Den Notdienst machen Mechaniker von uns mit und den Werkstattmeister, die das technisch abdecken können. Und für den Holobringdienst, wo wir Fahrzeuge vom Kunden holen und so weiter, tagsüber, haben wir festangestellte Fahrer, die das fahren. Und was ist denn so der typische Einsatz dieses Fahrzeugs? Also hauptsächlich nutzen wir es, um liegengebliebene Fahrzeuge zu schleppen. Wir machen eigene Notdienst für Volkswagen und fürs Audi-Zentrum und da ist der Haupteinsatzpunkt, liegengebliebene Fahrzeuge abzuschleppen. Des Weiteren benutzen wir das Fahrzeug zum Holen von Kundenfahrzeugen, zum Holen-Bring-Service oder auch mal dazustellen oder für den Zwischenhändler von uns neue Fahrzeuge zu verbringen. Das ist eigentlich so der Haupteinsatz. Was schätzen Sie am Blitzlader insgesamt? Ich denke, dass es von der Bedienung her eigentlich, warum sich jetzt ein bisschen übertrieben, aber einfach ist. Also es sieht man ja, wir haben ja auch einmal Wechsel bei den Hol- und Bringfahrern und das erklärt man gegen den Halben und dann ist eigentlich relativ schnell sein Weg drin. Also das ist ein Hexenwerbs. Und Sie haben nur ein Fahrzeug im Einsatz und das reicht Ihnen auch aus? Gut, natürlich wünscht man sich oft mal ein zweites oder auch ein drittes in so Druckzeiten, aber generell muss man es auch mit eingekommen werden. Gut, klar. Und was schätzen Sie am Blitzlader besonders? Also an dem Fahrzeug gefällt mir einfach, weil es leicht zum Bedienen ist. Das Auto lässt sich wunderbar fahren. Es ist einfach super, das Auto. Und nutzen Sie eigentlich die Fernbedienung? Mehr die Fernbedienung, weil es ist oft so, dass das Auto irgendwo in einer Parkbucht da steht und man hat die Möglichkeit mit der Fernbedienung alles zu bedienen, die komplette Gruppen. Man kann auch die Seilwinde über der Fernbedienung bedienen. Also besser geht's nicht. Die Service-Spezialisten aus Rosenheim sind mit den Leistungen ihres Fahrzeugtransporters wohl rundum zufrieden. Für den Blitzlader sind das gute Noten aus der rauen Praxis und eine echte Anerkennung für das innovative Konzept des oberbayerischen Fahrzeugherstellers Algema. Wir sehen uns zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.